Dvihasta-Bhujasana ist die doppelte Rüsselstellung oder auch die zweiarmige Rüsselstellung. Im Sitzen gib die Kniekehlen über die Schultern oder über die Oberarme und lass die Beine nach vorne zeigen wie zwei Rüssel eines Elefanten. Du kannst aber die Hände auf den Boden geben. Fortgeschritten ist es noch, wenn du von hier die Arme hebst und probierst, die Finger hinter den Nacken zu bringen. Das ist dann die Dvihasta-Bhujasana in Gleichgewichtshaltung. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung auch mit anderen.